Für gesundes Arbeiten ist eine Arbeitsatmosphäre zwischen Menschen, die gut miteinander umgehen können wichtig. Und weil es immer Konflikte gibt im Leben, das gehört einfach zum Leben ganz normal dazu, ist der konstruktive und gute Umgang mit Konflikten eine der wichtigsten Aufgaben, um gesundes Arbeiten, jedenfalls aus der Mediatorperspektive, gut hinzukriegen. Ich wünsche allen Konfliktlöserinnen und Konfliktlösern allzeit guten Erfolg. Vielen Dank.